Hallo, hallo, hallo und willkommen zu diesem, naja, keinem wirklichen Video, zu dieser, naja, Ankündigung, zu diesem Statement oder was weiß ich. Denn viele Leute von euch werden sich denken, Moment mal, was ist das hier? Es ist Samstag, fuck, wo bleibt hier das Couchtime-Video, auf das ich so lange warte? Und das werdet ihr euch schon morgen, also am Sonntag, denken, fuck, wo bleibt das Couchtime-Video, auf das ich so lange warte? Mein Leben hat quasi nun jetzt keinen Sinn mehr. Ja, ich kann das auch nachvollziehen, ich verstehe das. Nein, Spaß beiseite, Leute, und zwar wollte ich euch das eigentlich schon letztes Wochenende ankündigen, habe es aber tatsächlich dullyhafterweise, wie ich nun mal bin, vergessen. Und zwar geht es um folgendes, ich bin, was heißt nicht ich bin, ich mache für diese Woche, also dieses Wochenende und nächstes Wochenende quasi Couchtime-Urlaub, nenne ich es mal. Denn ich habe tatsächlich so die nächsten paar Wochen ein paar Sachen, die auf mich zukommen, auf die ich mich ein bisschen konzentrieren muss und die ein bisschen Zeit rauben, bedeutet, das nächste Couchtime-Video wird frühestens am 28. kommen. Das heißt, es gibt jetzt dieses Wochenende leider keine Videos, nächstes Wochenende, das heißt im Prinzip vier Videos fallen leider potenziell aus. Und ich entschuldige mich dafür, aber wie gesagt, das ist momentan bei mir ein bisschen zeitig sehr, sehr knapp. Ihr habt ja gemerkt, die letzten Wochen war ja auch schon immer mal wieder, dass ein Video ausgefallen ist, was ich ja immer wieder versprochen habe. By the way, das Video, was eigentlich letzten Sonntag kommen sollte und was sonst dieses Wochenende jetzt gekommen wäre, ist verflucht, dieses Video. Ich kriege damit den Anfall. Es ist aufgenommen, ja, geschnitten, habe ich zweimal Probleme mit gehabt, dann hat das irgendwelche Macken beim Hochladen gehabt. Jetzt habe ich es einfach komplett gelöscht und werde das Video quasi neu aufnehmen müssen. Gut, der Inhalt bleibt ja nun mal der gleiche. Es ist jetzt nicht so ein Video, wo man jetzt meine Reaktion unbedingt drauf sehen muss. Aber ja, also das heißt, dieses Video wird auch erst, also wahrscheinlich wird das das Video sein, was am 28. kommt oder am 29. Das würde ich jetzt spontan, sage ich mal, entscheiden. Nichtsdestotrotz nehme ich diese zwei Wochen, oder ja doch, zwei Wochen, die jetzt quasi Videos ausfallen, werde ich nichtsdestotrotz dafür benutzen, um mal ein, zwei, drei Videos in der Rückhand vorzuproduzieren, dass ich einfach mal auch was überbrücken kann. Denn das große Problem momentan, am Anfang ging es noch, aber momentan habe ich das große Problem bei Couchtime, ich habe einen beschissenen Rhythmus. Ich nehme manchmal die Videos für Freitag oder Samstag erst Freitag oder Samstag auf. Und naja, das merkt man halt irgendwo, ist dann irgendwo stressiger und natürlich, ich mache mir den Stress irgendwo schon gerne, so ist es jetzt nicht. Nur, ich merke halt irgendwie, ja, es wird, es zieht sich immer weiter nach hinten raus. Und dementsprechend werde ich jetzt diese zwei Wochen der Uploadpause dafür nutzen, trotzdem aufzunehmen und dann einfach mir mal einen Puffer zu bauen, dass ich quasi in einem Video, was ich jetzt, sagen wir mal, ich nehme am 28. ein Video auf, was dann schon für die Woche danach ist. Und für den 28. das Video ist aber schon längst fertig und fest. So ist jetzt mein Plan und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr verzeiht es mir und ich hoffe, ihr hasst mich dafür nicht. Ja, aber wie gesagt, es ist halt nun mal so, dass, ja, ich sag mal so, ich bin ja auch in der Hinsicht jetzt ehrlich, es ist halt einfach momentan ein bisschen stressig. Und da sage ich lieber, okay, ich mache jetzt erstmal zwei Wochen kurz Cut, damit ich danach wieder einfach mit wirklich regelmäßigen Videos auffahren kann. Ist jetzt nicht so, als wäre das Aufnehmen oder das Schneiden an sich stressig. Es ist halt einfach nur die Taktung momentan bei mir ein bisschen, läuft ein bisschen dumm. Wie gesagt, da muss ich definitiv mal dran arbeiten. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz wollte ich euch hiermit einfach kurz mal ein Update geben, damit ihr da Bescheid wisst. Und auch leider wisst, dass jetzt halt, wie gesagt, die nächsten zwei Wochen oder jetzt halt diese Woche und nächste Woche leider kein Video kommen wird. Gesetz dem Fall, es passiert jetzt irgendein krasser Trailer kommt, irgendein Film, an den keiner gerechnet hat oder oder. Was passiert und ich finde die Zeit, das aufzunehmen, dann wird es natürlich auch unter der Woche hochgeladen. Das habe ich damals schon gemacht mit den The Last of Us Folgen. Das habe ich ja schon immer gesagt, wenn was kommt, was ich gerade spontan aufnehmen möchte und hochladen möchte, dann wird es halt gemacht. Nur so habt ihr jetzt quasi erstmal ein Update. Ihr wisst, was jetzt erstmal der Fall ist und dass ihr euch nicht wundert, dass ich jetzt von der Bildfläche erstmal verschwinde. Wie gesagt, ich verschwinde nur kurzfristig. Ja, und dafür ist hier dieses Video gemacht. Das war jetzt einfach nur, wie gesagt, eine kleine Ankündigung bzw. ein kleines Update. Jo Leute, so ist das. Deswegen gibt es hier auch nichts zu sehen, sondern nur zu hören. Und ja, wie gesagt, da wollte ich euch einfach nur quasi auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, sorry, verzeiht mir, aber ja, ist halt nun mal so im Leben. Passiert halt hier und da, Mann. Gut, nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr habt jetzt noch zum einen ein schönes Restwochenende und vor allem zum anderen, ja, halt noch, weiß ich nicht, eine schöne Woche, schöne Wochen, ne, wüsst ihr Bescheid und so. Ja, ich möchte jetzt noch nicht länger rumlabern und, äh, ja, ich sag mal, ihr könnt ja, falls ihr neu auf dem Kanal zufällig seid noch und doch nicht alle Videos gecheckt habt, klotzt euch an. Ihr habt ja jetzt Zeit, ne, so ist es jetzt nicht. Ne, wie gesagt, genug rumgelabert. Ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann hoffentlich dann am spätesten, so am frühestens am 28. Wieder in alter Frische und ich stand auf jeden Fall selbstverständlich auf derselben alten Couch. Was auch sonst, ne. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao. Ciao.